Hallo Leute, Herzlich Willkommen zum nächsten Podcast Halle Leute, Herzlich Willkommen zu Apten Doktor, äh zu Kopf hier meinet und ich bin mit Tobik Ruschkabel, der 1-2-3-Bänder zu zeigen und es macht вот die Leute und jetzt ist los ich... Ich gefällt mich in die Mitte Alter in die Mitte Guck mal, ich hab grad' bis in die Mitte ich bin eigentlich tot guck dir mal rot und nicht an keine Zeit keine Zeit muss, ich will nicht ein aber ich war da schon durch ich war da schon durch aber bist du denn gestorben denkt sich dann ist er dann erst das mal sag mal ist orange eigentlich nach der gleiche von der e oder ist man einfach orange nein ist der amper und der orange ist naja wurde scheiße gelb ist richtig kacke naja sind alle scheiße gelb wirklich von Apple brauchen wir gar nicht was zu reden da hat viel zu wenig punkte um mit uns reden zu dürfen aber auch nicht aber ich glaube der hat schon mehr skier als der gelbe sieht man an der platzierung ja nach der runde hier wird so ein HABO bin ich hat das so scheiße wollte ich ja nicht anfangen hat ein Problem die Berge hat ein Problem warum warum wohl der gelbe ist schon irgendwie ein bisschen lügig da hätte eins gehabt oder blaue oder blaue hat sich gerettet hätte das ist auch grün ist sehr gut drauf im Moment auch da doch was eine 40 spieler ich glaube das war auf Kauern mein erledigt woher ist gemacht dann kann auch Oh-oh... Soll ich schon ein hohes Skill-Level? Nein... Nein... AHHHHHHHH!!!! Der Held, der Held, der Held! Nja! AHHHHHHHHH! NAAAAH!!!! Also wie wir jetzt sehen, zwei Stunden später, der Growl ist dramatisch abgesogen, und ist halt doch ein Gnub irgendwie... Vorletzst... Vorvorletzst... Ah, ne ja... Kann man auch noch Deilgang zum Left World hieß... Okay..überhinter an den Clan-Kollegen von den letzten... also St doch bei Wala auch Gott das war jetzt echt nubig wieder an einen nubigen Tag Danke Blau ich bleibe hier da, ich bleibe hier da da der Orangenheit ist wirklich nicht der gleiche nein Tobi nicht alle Leute die gut sind sind automatisch so knapp bemessen also sorry Daniel ich meine in der Anzahl da ist es immer die gleiche gib mir die gute noch noch viel rübschen besser nennst du nein nur bei der Orangenheit und davor auch richtig gut darum geht es mir ja ja das habe ich ja auch gerade gehört also es lag halt nahe auch wenn die Punktzahl nicht stimmt ja da hat er nämlich nur 1300 Punkte das heißt er hat auch keinen Fall vor mir sein ansonsten okay, I love Tobi toll dann geh ich schon mal voran oh nein, das war echt einsam nein nein, nein, nein nein, nein du schaffst du das? brauchst du das Item nicht uuuuuh hawaaam uuuuuh uuuuuh ich lasse dich rot wenigstens noch ein Satz gut gemacht Wer war das Danke? I love you, Schatzi! Danke! I love you, Schatzi! Daniel, bist du cool? Richtig derbe! Nein! Maybe? Nein! Richtig derbe! Boah! Oh, das klappt auch! Du wirst doch an irgendeiner belanglosen Ecke hängenbleiben Da durch! Weil ich jetzt einfach mal töten kann Warum machst du das? Alter, Daniel, du wirst es jetzt ultra knapp machen, sorry Daniel Na, das war's, das ist jetzt dein Ende LÜKE! Warte Wird ich sonst anders antworten sollen? Du hast dich ja auch voll verarmen lassen von dem Du hast einfach nach außen runtergefahren Ich bin da gerne drinne Ich bin da gerne drinne Ich bin da gerne drinne Ja, kommst du nur so selten rein Aber du bist trotzdem nicht gut darin Bist du gerne drinne, kommst du aber selten rein Du kommst mir auch so Alter, jetzt hab ich Jetzt hab ich Angst gehabt, dass der Dass der Orangene irgendwie So irgendwie da rumleckt Aber ich weiß nicht Aber ich weiß nicht Oh man Ich glaub ich hab da so ein bisschen Platz Naja, merk dich, deswegen hab ich denn Platz Hahahaha Hahahaha Aber nur so ein bisschen hab ich Hat er ja quasi das komplett gleich für mich? It is how it is Oh Gott, das hat nicht gestimmt Ich sollte lassen englisch zu reden Ich sollte es einfach unterlassen Ich sollte es einfach unterlassen Is how it is, genau Und wieso Ding das Spruch? Hahahaha Naja, red's denn auch eins an dir Und wieso Ding der Hahahaha Hahahaha Sehr gut, Kind Die Idee Hahahaha Gar nicht mehr Sehr gut Hahahaha 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 Wer ist denn das? Hahahaha Der Englischlehrer Hahahaha Mein Englischlehrer Mein ehemaliger Englischlehrer Oh, mega late Fein, geil, dass das 5 Sekunden später sei Hahahaha Nein Ah, nein Oh, ich will da in der Hand Ja Oh, ho, ho, ho Loh Das ist ein Scherz Alter, wie ich da noch durchkomme, Alter Da hätte keine Fehler mehr bei mir dazwischen gepasst Das war nicht, da machst du noch Das war knapp Oh, sorry, Daniel Komm, sagst du, sorry, Daniel Das war halt keine Fehler Aber deine Sprichwörter sind nicht so Hahahaha Ne, also irgendwie nicht Hahahaha Ich hätte keine Fehler, aber warum ist deine Fehler so sonderlich? Hahahaha Na, stimmt doch Keine Fehler, man, ist mich schon gefasst Ich verstehe jetzt sowieso nicht so ganz, was das Fein, was an dem Federspruch jetzt so witzig ist Hahahaha Weil ich hab'n Problem Hahahaha Hahahaha Du hast mir das zugemacht Hahahaha Ich hab' gar nichts, ich hab' irgendwann so die Woche zu überleben Hahahaha Hahahaha Wie soll ich denn das machen? Hahahaha Gild Purple Warte, jetzt raus Doch nicht BAM Oh, das ist ohne fest Aber da grün, entscheidendlich, wo du lang fährst Nein Oh 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 nein Glück Glück das ist mit den mitteln näherkontinenten ist so böse ist so böse guck mal wer hier zweite oder rote soll kingen angst soll aber soll nur mit einem äh soll kingen soll kingen nur so ach nur zwei bunte wichsen wahrscheinlich hat es sich um soul king ach natürlich die beiden sparten leben noch ooooh ne fuchs fuchs früher bestimmt fuchs heißen aber warum das ess wirklich nicht naja fuchs halt ach du bist so ein fuchs ja ich auch naja heute würde ich jetzt eigentlich nicht damit ausdrücken oh nein ich muss niesen nein ich glaube ich muss niesen nein noch muss ich nicht niesen ach ich will nicht niesen nein ich will nicht niesen ich will nicht niesen ich will nicht niesen ach ich muss niesen ich kann nicht niesen ich will nicht niesen nein mama niesen tupi steht immer da hier vor wenn du da sitzt mit einer maus am Lenkrad äh mit einer hand an der maus ach ich muss niesen ich will nicht niesen nicht n mag nein danke frau ich nicht n ja ich will jetzt aber kein Spruch über feucht rausbringen lieber nicht wenn du musst du nehmen nein das ist ne challenge Das ist ne Challenge! Das ist unmöglich. Zu viel Gelenk, zu viel Gelenk. Ach, Mann, aber was? Hm, Alter, 13. Ich verliere trotzdem Punkte! Mach mal ne 8er Runde oder ne 3er Runde! Ne 3er Runde, da je wenig wenigstens, nur dein Punkt. Was? Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Rainy, auf Daniel! Oh, Siki! Oh, Siki! Dann sollte doch gleich 7 einstellen und 1 den, und 2 den 1 machen. Oh, das war knapp! Warum machst du das? Weil ich noch nicht Scaling eingestellt hatte! Scaling! 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 Nein! Oh, hallo, gell! Na? So eine gute Tagweite, nicht? Na, eigentlich nicht! Na, Daniel, wie geht's dir das denn so? Abgeschottet! Also, ihr macht jetzt das Team-Dien. Okay, 1 den 2. Lücke, Tobi, Tobi, das war eine Lücke, die gelassen hast. Ja, das stimmt schon. Warum machst du nicht Team eingeschalten, Tobi? Wenn du das schon macht. Tobi ja trotzdem. Ich will ja FFA-Punkte. Außerdem gehen wir gar nicht auf dich. Ich brauche keine FFA-Punkte. Scheiß auf Punte. Ah! Das war richtig schlau, Tobi! Jawohl, die Gio! Die Gio! Äh... Oh, der hat auch gelebt. Oh! Oh, da musstest du kurz überlegen! Ah, da kann sie nach unten fahren, da kann sie nach unten fahren. Na, super! Ich hab' ne Idee. Oh, war schon vorbei. Schlecht! 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 Hey Daniel, du hast nur ne Punkte. Was? Bin ich mal anstrengend? Sorry, aber... Es ist eins, den zwei. Quatsch nicht! Alter! Wo hab' ich nur ne Punkte? Bist du blind? Das ist irgendwie 4 Punkte weniger als Tobi nicht. Irgendwas ist da falsch drin, Daniel. Aber was läuft denn nicht? Ah! Da wollt' ich sein. Da wollt' ich einfach bloß das Item haben. Da wollt' ich mir die Lücke scheiß egal. Fuck. Fuuuut! Die Gea hat wieder zugeschlagen. Ey, Benni, wir haben heute tatsächlich mal richtig gearbeitet. Nein, ehrlich! Oh mein Gott, nein! Also, ja. Wo hast du denn gemacht? Ähm, wir haben Papier genommen. Zwar nicht zusammengebaut. Das war mein Tod. Aber wir haben dann Papier genommen, aufgestellt. Alles eingeschlepselt. Und dann haben wir in die Mitte einen verkackten... ...LAN... ...Hab reingebaut. Dann ALLE... ...Computer miteinander verkabelt. Sieben Computer. Sieben Computer. War ja jetzt nicht das Problem. Nur das Problem war, dass wir das nach einmal alles verkabeln. Und so nach Tisch rumkriechen ist auch nicht gerade die lustigste Arbeit, wenn du weißt, was ich meine. ...HERUMKRICHEN! Also, ihr habt einfach sieben Computer miteinander verbunden. Ja. Und dann hatten wir noch, glaub ich, mindestens drei bis vier Stunden lang Probleme ausgelöst. Und die Probleme waren nicht gerade wenig Probleme. Warum? Was musst du denn machen? Naja, ein paar Computer hatten Probleme, das Netzwerk zu finden. Beziehungsweise, das Netzwerk hat nicht so ganz funktioniert. Weil ein paar Computer nicht das gemacht haben, was sie normalerweise machen sollten. Das heißt, das, was normalerweise automatisch funktionieren sollte, mussten wir mal Noelle machen. Und was war das zum Beispiel? Ähm, die IP-Adresse quasi eingeben. Wir mussten kurz den Rechnern eigenständig mal nur in der IP-Adresse zuweisen. Und dann haben wir denen noch einen Netzwerknamen eingegeben, weil die müssen alle den gleichen Netzwerknamen haben. Damit die sich gegenseitig finden. Nee, komm, ich will doch. Und dann, als zum Schluss unser Vertretungsausbilder gesagt hat, wir sollen Chaos anrichten, damit die nächste Gruppe am nächsten Tag dann das gleiche machen darf, hab ich mit Chaos anrichten ein bisschen was anderes verstanden. Letzten Endes, naja... Was hast du gemacht? Jetzt ist der eine Bildschirm an einem anderen angestöpselt. Ohne dass man es sehen kann, jetzt ist die Maus einfach mal bei irgendeinem Computer nicht angestöpselt. Achja... Ah, du Wichser! Moment, ja... Und dann sind noch drei Computer so im geringen Kreis quasi ein bisschen verdreht als Maus, das ist so überall war. Ich meinte, ihr solltet Chaos stiften, damit die Gruppe nach euch was zu tun hat? Naja, mit Chaos stiften war ja eigentlich nur gemeint, dass wir das so machen sollen, dass wir am nächsten Tag dann auch wieder alle Computer miteinander verkabeln, also verbinden. Aber Chaos bedeutet doch in dem Fall eigentlich nur normalen Dings herstellen. Nehm ich lieber Tobi mit. Ja, im Grunde genommen schon allerdings hab ich... Er hat wortwörtlich gesagt, richtet mal ein bisschen Chaos an. Ich habe lediglich meiner zugewiesenen Aufgabe nachgegangen. Oh, mach doch da eine Lütte statt da oben! Hm... Er hat auch noch drüber vielleicht gehört, als ich mir das dann erzählt hatte. Ja, mach doch keine Lütte, du Ruhe! Ja... Na Alter, verliere ich halt fünf Punkte. Na ja, nach 19 Punkten ist mir das ja auch egal. Verlierest du doch keinen... Verlierest du doch keinen... Ja, verliere ich halt Punkte! Ja, verliere ich... Na? Scheiß drauf! String dich mal an, Daniel! Warum? Sollte ich? Warum sollte ich... Weil ich nicht Zweiter werden will? Du willst Zweiter werden? Tundin. Lass dich einrichten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Eigentlich will ich ja nicht Zweiter werden, Daniel! Ach komm! Jawoll! Na klar! Ha! Das sieht man, das hatten wir deutlich gehört! Ja, irgendwie, du hast... Du hast zwei nacheinander einen kleinen, ja! Du kannst ja vielleicht sagen, dein Knall hört sich anders an den Zweiter! Was soll was denn? So... Was abhüßen kann man fast nicht... Gewusst! Nein! Start oder nicht! And the word gets tumbling down! Ich werde es... Ich werde nicht mehr Englisch sprechen! Das wird... Das wird mir bloß zum Verhängnis! Das war jetzt irgendwie einfacher... Als ich gedacht hab! Das ist... Ja... Wie das ist... Aber du bist ganz weg! Ich werde nicht mehr luchten, viel! Das ist so die Idee! Und eigentlich würde ich noch weiter treballen... Ist halt so. Aber das ist jetzt schon der zweite und... Ja. Ja. Bis dann. Wenn ich morgen bis zwei, drei Teile. Tschüss.